So sieht es aus, wenn Rega auf dem Weg ist, um das Menschenleben zu retten. Vorher braucht es aber viel Vorbereitung. Morgen um 9 Uhr. Die Crew sind zusammen für das Briefing des Tages. Akkus sind voll, Sauerstoff haben wir genug. Super. Heli-mässig ist auch alles in Ordnung. Eine Crew besteht immer aus einem Rettungssanitäter, einem Arzt und einem Pilot. Der Tag geht aber schon ein bisschen früher los. Am Morgen vor Arbeitsbeginn übernehmen wir den Heli. Wir machen einen Check vom medizinischen und technischen Equipment, damit alles in Ordnung ist. Ich kontrolliere die Rettungswinde, den Arzt beim medizinischen Check unterstützen. Der Pilot schaut das Technische vom Helikopter an, das Cockpit. Zurück an der Sitzung. Das Team bespricht, was es heute Spezielles gibt. Dort schauen wir einerseits das Wetter an, bestimmte Gefahren. Das können Schiessgebiete sein, die in der Schweiz sind. Aber wir schauen auch die Befindlichkeit der Leute. Sind alle fit to fly? Das ist ganz wichtig bei unserem Job. Wenn alles geprüft und vorbereitet ist, wartet die Crew auf einen Alarm und erledigt die Büroarbeit und verschiedene Ämter, die auf einer Einsatzbasis täglich anfallen. Ein paar Stunden später. Ein Ambulanz ruft Rega. Ein älterer Mann mit Verdacht auf Hirnblutung muss möglichst schnell ins nächste Zentrumsspital. Am Tag geht es gerade einmal drei bis höchstens fünf Minuten, bis der Heli samt seiner Crew in der Luft ist. Bei uns haben wir im Vorhinein schon jeden Handgriff abgesprochen. Also der Arzt weiss genau, was er macht, der Pilot und der Rettungssanitäter. Wir starten das eigentlich nur mit Funkgeräten aus. Aber der Rest ist eigentlich schon vorbereitet im Helikopter, dass wir dann nur starten und sofort auf die Einsatz gehen können. Auf zwölf feste Rega-Einsatzbasen verteilt, gibt es jeden Tag rund 30 Helikoptereinsätze. Allein die Basis Düberdorf hat jeden Tag im Schnitt etwa drei bis vier Einsätze, einer davon in der Nacht. Nach rund zwei Stunden ist das Team wieder retour und macht alles wieder bereit, dass man gerade wieder abfliegen könnte. Nach dem Einsatz retablieren wir den Heli wieder tanken, das Mediziner gewidmet auffüllen. Und nachher geht natürlich die Papierarbeit los. Also die Rapporte müssen eingeben werden. Wir haben aber auch so Tagesämtchen, wo wir den Heli reinigen, den Hangar unterhalten. Und wir sind hier wie eine WG. Wir sind auch 24 Stunden auf der Basis. Wir kochen zusammen, waschen. Wir haben unsere picken Zimmer hier. Das ist so ein 24-Stunden-Betrieb. Eine Schicht einer Crew geht 24 oder sogar 48 Stunden. In dieser Zeit wohnen und schlafen alle unter einem Dach. Und gerade darum ist die Stimmung untereinander so wichtig. Alle Ämter, wo man auch rund ums Fliegen herum macht, werden zusammen gemacht. Man ist eine Art wie eine Familie. Man putzt den Heli zusammen, man kocht zusammen. Man ist einfach wie eine grosse Familie. Und das ist speziell bei der Rega und bei der Rettungsfliegerei. Nicht nur darum ist der Beruf des Rega-Piloten so speziell. Die Piloten fliegen nämlich nicht nur den Heli, sondern sind im ganzen Rettungsprozess mit einbezogen. An einem Unfallplatz nehme ich in der Regel Personaldaten auf. Ich schaue ein wenig rundherum, wie ist der Unfall passiert. Wenmal wollen sie im Spital wissen, wie etwas passiert ist. Sind die Airbags aufgegangen? Bei einem Autofahrer zum Beispiel hatte der Velofahrer einen Helm an. Und das sind so Informationen, die ich ein wenig hinterher sammle. Dann mache ich auch die Tragenprache für den Transport des Patienten. Und mache die Anmeldung im Spital. Dass der Spital weiss, was sie erwarten. Was für ein Verletzungsmuster der Patient hat. Jeder Teil der Crew rettet also mit. Es ist das klassische Beispiel von Zusammen sind alle stark.